Wenn sich abends das Licht über die weite Harzlandschaft ausbreitet, erahnt derjenige, der es erblicken darf, die Schönheit dieser einzigartigen Landschaft. Mit ihren prachtvollen Städten, grünen mystischen Wäldern, traditionellen Kulturstädten und sagenumwobenen Bergen. Kommen Sie mit auf eine kurze Reise durch die beeindruckende Welt des Landkreises Harz. Die bekanntesten Städte im Landkreis Harz sind Wernigerode, Halberstadt und Quedlinburg. Quedlinburg ist die berühmte malerische UNESCO-Welterbestadt des Landkreises. Die vielfarbigen Fachwerkhäuser der Stadt am Fuße des Majestätischen Schlosses mit den träumerisch verwinkelten Gassen laden zum Verweilen und Staunen ein. So auch auf dem Marktplatz im Herzen Quedlinburgs, auf dem zahlreiche Cafés und Restaurants die Gäste bewirten. Quedlinburg begeistert einfach jeden Besucher. Wernigerode am Fuße des Brockens und Ausgangspunkt vieler Wanderungen und Brockenbesuche wird als bunte Stadt am Harz bezeichnet. Nicht ohne Grund, denn auch Wernigerode besticht durch farbenfrohe Fachwerkhäuser, die im Schatten des Werniger-Röder-Schlosses in ihrem eigenen fantastischen Licht erscheinen. Von hier aus fährt die Brockenbahn mehrmals täglich durch malerische Landschaften und Dörfer hoch auf den Gipfel des Brockens. Der Brocken, ein ganz besonderer Berg und gleichzeitig mit 1142 Metern die höchste Erhebung im Harz. Mit 293 Millionen Jahren Erdgeschichte schon recht alt, aber immer noch jung geblieben. Der Gipfel mit seinem atemberaubenden Ausblick wird auch Sie begeistern. Nach einem ereignisreichen Tag lädt unter anderem das berühmte Baumkuchencafé in Wernigerode zu kulinarischen Genüssen ein. Das Bodetal ist die erste Adresse für einen abwechslungsreichen Urlaub im Harz. Ob für Familien oder Wanderer, hier findet jeder Ruhe und Erholung. Erkunden Sie die sagen- und mystenreiche Region im Harz und lassen Sie sich faszinieren von der märchenhaften Schönheit der Landschaft und den unzähligen Angeboten und Attraktionen im Bodenthaler Sagenharz. Der Landkreis Harz bietet vielfältige Wohnungsangebote für jeden Anspruch. Egal ob moderne und sanierte Wohnungen wie im einzigartigen Wellenhaus in Wernigerode. Wohnraum für Familien im modernen Eigenheim oder Wohnen im historischen Ambiente. Hier ist für jeden etwas dabei. Arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen, ist zwar ein alter, aber noch immer sehr aktueller Slogan. Von seinem Wahrheitsgehalt kann man sich im Landkreis Harz überzeugen. Unser traditionsreiches Familienunternehmen Halberstätter existiert hier in der Region Harz bereits seit über 130 Jahren. Wir haben hier in Halberstadt das Dosenwürstchen weltweit erfunden und stehen Ihnen heute noch mit unserem Team zur Verfügung. Hier gibt es viele Beispiele dafür, dass sich die Entwicklung von Wirtschaft und Tourismus auf der einen und der Erhalt einer schützens- und lebenswerten Naturkulisse auf der anderen Seite nicht ausschließen. Der Landkreis Harz hat sich in den zurückliegenden Jahren dank seiner zentralen Lage und der gut ausgebauten Infrastruktur zu einem dynamischen Wirtschaftsstandort mit Perspektive entwickelt. Hier ist vor allem die gute Anbindung durch die B6 als Lebensader der Region zu nennen. Kleine und mittelständische Unternehmen sowie ein breiter Branchenmix sorgen für Wirtschaftskraft und Stabilität. So haben sich Unternehmen in neuen wirtschaftlichen Sparten besonders etabliert. Dies betrifft die Automobilzulieferung in Wernigerode, Ilsenburg und Harzgerode, den Maschinenbau in Wernigerode, die Kunststoffverarbeitung sowie die Kolben- und Walzenproduktion in Quedlinburg, die Pulvermetallurgie in Thale, die Medizintechnik in Halberstadt, die Grundstoffindustrie in Rübeland und Elbingerode, die Stahlindustrie in Ilsenburg und Betriebe der Ernährungswirtschaft im gesamten Landkreis. Der Landkreis Harz verfügt über ein ausgewogenes, wohnortnahes und hochwertiges Netz an Bildungseinrichtungen. Neben den Grund-, Sekundar- und Förderschulen sowie Gymnasien- und berufsbildenden Schulen gibt es mit der Hochschule Harz auch eine international anerkannte weiterführende Bildungseinrichtung. Medizinische Versorgung, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung haben im Landkreis Harz einen hohen Stellenwert. Mit dem kommunalen Harz-Klinikum Dorothea Christiane Erxleben und seinen Standorten in Quedlinburg, Wernigerode, Blankenburg und Ballenstedt sowie dem Armeos-Klinikum Halberstadt gibt es im Landkreis zwei Krankenhäuser der Schwerpunktversorgung, die zugleich Lehrkrankenhäuser der Otto von Gericker Universität Magdeburg sind. Für alle, die sich weiterbilden möchten oder das große Angebot von Büchern und Medien nutzen möchten, bietet in der Region die Kreisvolkshochschule interessante Angebote für alle Altersgruppen. So viel Kultur wie im Landkreis Harz findet sich auf so engem Raum nirgendwo anders. Die Schätze der Kulturgeschichte findet man wo? Natürlich in unseren Halberstädter Domschätzen. Wenn die Sonne sich über die weite Vorebene des Vorharzes legt, erkennt man schon von Weitem die bekannten Kirchen mit ihren besonderen Kulturgütern. So wird auch der Kultur- und Geschichtsinteressierte verwöhnt. Halberstadt hat auch für klein und groß viel zu bieten. So zum Beispiel das HWG-Spielemagazin, das modernste seiner Art in Deutschland. Für einen Kinobesuch ist die Zuckerfabrik genau die richtige Adresse. In dem ehemaligen Fabrikgebäude kann man nicht nur die aktuellsten Filme genießen, sondern auch kulinarisch schlemmen. Eine gute Adresse für Jung und Alt. Eine Reise in den Harz bedeutet auch immer eine Reise in die Vergangenheit. Die Burgenklöster und Schlösser sind immer wieder beeindruckend. So bietet das Kloster Drübeck für alle, die Ruhe suchen, ideale Voraussetzungen für einen einzigartigen Aufenthalt. Das angeschlossene Café lädt mit seinen frischen Kuchen zu Genüssen in einer besonderen Kulisse ein. Aber auch das Kloster Michaelstein, das genau wie das Kloster Drübeck an der Straße der Romantik liegt, bietet den Besuchern neben der Fischzucht Einblicke in das ehemalige Leben der Zisterziensermönche in Blankenburg. Im Harz geht's ab. Für alle, die jung geblieben sind, bieten die Mitarbeiter von Harzdrenalin Adrenalin pur. Und damit ist klar, was viele am Landkreis Harz so lieben, liegt auf der Hand. Es ist die interessante Mischung aus Tradition und Moderne. Es gibt hier so viele Dinge zu entdecken, die man im Landkreis Harz einfach nicht erwartet. Das macht es immer wieder spannend. Entdecken Sie die offene Art der Menschen im Landkreis Harz. Hier ist jeder 100 Prozent willkommen. Wir laden Sie ein in den Landkreis Harz. Einfach überraschend anders. Einfach überraschend anders. Es wenigstens zu Vielen Dank.